Der Himmel über Lipsheim sieht nicht gut aus. Gestern hat es die ganze Nacht geschifft ohne Ende. Wir sind hier auf dem Teilemarkt. Gucken wir uns gleich mal ein bisschen um. Aber zuerst gibt es mal einen Kaffee. Da stehen natürlich schon die Klassiker rum, die zwei. Ja, so sieht Fachgruppe 4, Propaganda, Standort Französisch aus. Schon geil. Hinten sind Toiletten und Duschen. Da ist Gastro überall. Da haben sie Holz für ihre Flammkuchenöfen. Oder eigentlich, ja normale Preise. Flammkuchen 7, 8 Euro. Alles gut. Ja, ist also schon viel Schrott auf einem Haufen hier. Ja, also die hast du damals nachgeschmissen. Die haben richtig Wert heutzutage, diese alten Blechautos. Die werden gehandelt mit ein paar hundert Euro. Das ganze hier, alles ein bisschen matschig, das ganze Geschäft hier. Aber so lange es nicht regnet, sonst kommst du hier aus dem Acker gar nicht mehr raus. Oh, da kommt ja was ganz schönes angefahren hier. Eieieieieiei. Ja, da haben sie jetzt schon Stroh ausgelegt, damit die Autos da wieder rauskommen. Weil das ja alles matschig ist. Da sind schon einige, einige gut festgefahren hier. Hier ein schöner alter Zitronkrankenwagen. Ja und so sieht das aus. Immer so Parzellen, Gängereien in den Acker. Also ist schon eine Fundgrube hier ohne Emne, gell. Also Lipsheim jedes Jahr die Börse. Das ist ja geil, der Stand hier. Oben auf dem Dach, die ganzen Figuren. Also Wahnsinn im Prinzip, Leute. Wahnsinn, was hier abgeht. Heute ist ja nicht Aufbautag. Also die haben wir nicht weggeschmissen, gell, normalerweise. Die Fahrräder. Da wollen die noch ein paar hundert Euro für haben, gell. Nur weil sie alt sind. Irre, irre, irre. So, da fehlt die Hälfte. Gibt es zum halben Preis heute. Geil aus. Richtig geil. So Leute, jetzt sind jetzt einmal ein paar Eindrücke. Aufbautag. Lipsheim im Elsass. Teilemarkt. Sehr empfehlenswert. Fundgrube für alle Teilesammler. In diesem Sinne. Ausdruck. 2.